Helferautos Aus der roten Garage fährt ein großer Kipplaster raus. Schaut mal, er hebt seinen Ladekasten an. Der Kipplaster fährt zur Arbeit. Oh, weil er so lang ist, hat er in der Kurve Schwierigkeiten. Seine Hinterräder wären fast von der Straße abgekommen. Heute muss der Kipplaster Sand transportieren. Der Bagger füllt mit seiner großen grünen Schaufel den Sand in den Ladekasten des Kipplasters. Noch mehr Sand. Der Ladekasten des Kipplasters ist sehr groß. Noch eine Schaufel. Jetzt ist der Laster noch schwerer. Aber er hat ja einen starken Motor. Die Ampel ist grün. Der Laster fährt die Rampe hoch. Oh je, auf dem Weg nach unten ist der Laster aus der Kurve geraten. Sein hinteres Rad hängt in der Luft. Alleine schafft es der Laster nicht. Welches Fahrzeug kann ihm helfen? Aus der blauen Garage fährt ein Abschleppwagen raus. Der Abschleppwagen wird versuchen, den Laster wieder auf die Straße zu ziehen. Oh, der Abschleppwagen ist nicht stark genug. Der Laster ist zu schwer. Wir müssen ihn anheben. Der Hubschrauber kommt zu Hilfe. Er transportiert einen großen Rahmen aus Metall. Der Hubschrauber lässt den Rahmen runter und hebt den Laster an. Prima! Dankeschön Hubschrauber! Der Laster hat den Sand zum Spielplatz gebracht. Gut gemacht, Kipp-Laster! Jetzt kannst du wieder zurück zur Garage fahren. Sei in den Kurven aber vorsichtig. Musik Musik Helferautos 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 Drei 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 Untertitelung des ZDF, 2020